hallo und herzlich willkommen hier in thüringen version 3.1 ich sehe gerade feldumro 10 ist die ausschaft gewachsen dauerlich es war nur eine nacht gewesen und schon komplett gewachsen das ist ein gutes zeichen es wächst jedenfalls feld 10 ist fertig und wir fangen jetzt richtung hoch und machen die siemaschine voll mit dem rest und werden entsprechend feldumro 60 vorbereiten für meist mit ganz kurz und spiel aus mit die lenkung mal kurz kurz korrigiert und da lenkt mir besser eine flüssige und nicht so wie der flitzer der faktor der schnell fährt der große jetzt ein bisschen übertrieben gut der hat auch ein server glaube ich viele fehler gemeldet und deswegen nicht genommen aber hier so füge der 1 und 2 ja voll machen der anderthalb fertig vorbereitet befällt 38 weiß und das gibt auch meist feldumro 60 dann wollte ich noch gleich den gruppe kämpfung vornehmen das kommt sowieso ja krass wie wollte ich ja aber noch alles ich spiele auf 1 das heißt erstmal dass wir immer die ganzen fahrzeuge ja schaffen um nichts darzubringen ne vielleicht nur 47 kann ich mir noch vorstellen für die sonnenblumen oder gleich mal den 49 nehmen dann können wir nur 47 mit zwei fahrzeuge nehmen wenn es heute ist guter hut geht durch das dach ja alter funktioniert auch nicht richtig leider muss ich mal genau prüfen vielleicht klappt das nicht beim später neuen laden neuer neuen laden keine ahnung ja der eine ist noch beim aufladen gewesen in der zeit wo der jetzt voll gelaufen wird also laufen wird gefüllt wird da würde ich dann den anderen feldumro 60 fahren und der andere geht auf feldumro 38 wenn ich verband fahren würde ich gerne dass zwei gleiche traktoren arbeiten warum genau ja wahrscheinlich probleme vermeiden die es wahrscheinlich nicht geben würde da komme ich durch ich bin zu kräftig gebaut klug auf klug auf wo wir könnten gleich mal 38 starten ne der ist ja stark klar weiß werden wir gleich mal nach dem band einstellen zwei fahrzeuge zwei grüsten reichen später drei gearbeitet geht auch aber zwei dürfte reichen ist heute fertig wird entgegen heute ist wichtig hätte der kursplaner aktualisieren können gut ich hab's nicht getan wird trotzdem gehen denke ich mal ne hoffen wir ne da sind wir so der erste ist der linke der zweite ist der rechte logischerweise die werden vorne beginnen mit laden wir können aber auch äh hier beginnen das ist egal so feldarbeit kursgenerierung feld 38 in dem falle zwei vorgewände äh fahrzeug mit dem selben kurs zwei machen wir ein bisschen kleiner ne nö kurzgenerierung wir könnten hier ein bisschen kleiner machen ein bisschen größer vorgewände ein bisschen lappung geben wir auf 20% erstmal maximal 20% da macht er am meisten Schwierigkeiten sieht ein bisschen besser aus zurück du wirst da rechts sein hat passt und hier geben wir auf 0 so das können wir gleich speichern und zwar da fällt 38 aussaat mais 2 fahrzeuge 15 meter fahrzeuge 15 meter gehen wir hin bei wir werden mal ganz kurz kopieren, das passt, dann werden wir hier auf so hier den Modus, links, geben wir auf 0 der Band aktiviert, gehen wir mal auf 200 m damit der hier vorne besser klarkommt gehen wir auf 300 m besser, dann musst du auch noch nicht warten bis er die Kurve vorne genommen hat 8, 250 m reicht auch der Band aktiviert, jups, gehen wir kurz zum zweiten, aktivieren, damit es keine Probleme gibt hier kommt Kalk drauf, hier doch nicht oh, kann man da schrecken so hier aktiviert, hier gehen wir auf 250 m drücken, was ist denn blöd ich traue nicht an, das hat die Steine so nie mal Entfernung, ja Ladeguts hinzufügen, was man da so gut dürfte alles sein, starten wir den ersten so so und einstellen so 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 das war so nicht geplant, ach klar, klar, an das Fahrzeug, logisch so 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 Normalerweise wartet ihr, bis der Abstand passt und dann geht er los. Mal kurz gucken. 1 von 2. Ersten. Ersten Weg vom Kollege, nicht irgendwo anfangen, mittendrin. Schlecht. Aber es ist meistens so, ne? Man fängt irgendwo an und dann heißt, uh, shit. Gut, jetzt haben wir 2 von 2, da passt's, wollte ich sehen. Abstand ist aktuell bei 257, 259, 235. Ja, das ist gut so. Die erste Runde fahren sie so alle beide und dann geht einer weiter, ne? So, nicht knappe Stunde. Das dürfte hinkommen mit unseren Folgen. Drei Folgen, ja. Nicht ganz. Aber er wird's auch hinkriegen, glaub ich. So. So. Boah, gleich hier kaputt. Den fahren wir gleich runter, bevor er noch ne Stufe wächst. Dann machen wir hier ein Problem. Äh, rein theoretisch, ne? Hier ist kein Weg. Aber geradeaus zu da ist die Wiese. Okay. Das passt. Ja, dagegen ist unser Mist. Das ist, äh, für Giftbehandlung gleich nutzbar. Putzen wollte ich noch. Grasmähen. Kalk. So. N. Wir füllen auf. Und gleich für 60. Der Kurs ist ja gespeichert. Von daher ist die ganze Tage, wenn wir mit dem Internet aufhören, dann geht's so weiter. Ansonsten ist der Kurs gleich weg, ne? Aber jetzt seh ich gerade so 41%. Äh, Fehlermelon kommt keine. Gut passt. Das wollte ich gerade sehen, also es ist ganz wichtig, dass man da sein kann, okay. Ich kann noch mehr gehen, ne? 46%. Ja, das reicht in Wunderweise. Muss ich mir mal anschauen, wie es aussieht. So. Wir fahren auf Feldnummer, also ich, ne? Wir fahren auf Feldnummer 60. Wir beginnen dann auch gleich. Dann können wir nicht gleich, dann kann ich nicht gleich, na, hier ist gut, okay, wir gehen. Egal, der haben die Helfer, ne? Mal heißen so, mal so. Nahmenschale rauf. Der macht dann Feldnummer 60. Jetzt holt er alles, beides, in den Silo rein, guck mal jetzt, ne? Hier ist die Pferde, aber rechts muss ich Pferde kaufen. Ich komme keine Pferde. Ich glaube weder Hafer noch Heu müssen wir sie kaufen. Aber Hafer habe ich keins. Jetzt muss ich noch eine Futtermischungstation bauen, für unseren Rinderhof, auf 1. so hier ist der gleiche in grün aber nur ein fahrzeug kursgenerierung vorrente 2 weich 20 prozent 15 meter ein fahrzeug rundherum ja ich halte vorfeld anklicken kursgenerierung zurück ersten wegpunkt und einstellen speichern 60 ja gut mais oder getreide ist dann glaube ich egal ein fahrzeug 15 meter aussaat 15 meter hätte auch getreide machen können das wäre egal der braucht jetzt ja eine stunde so im zweiten fahrzeug dritte vierte vierte dritte vierte ja hier ist das nicht ganz so dünger fehlen ein bisschen was dann nutzt auch nichts aber noch einmal dünger muss ich voll haben gerade fett hat er rot naja nicht gut naja ganz kurz waren spitze gewesen aber fehlermannung ist keiner bei der neuen zähne ja das nächste halt an der ecke ich glaube 49 oder 48 das komisch geformte das werden wir jetzt auch nicht mais machen sondern Sonnenloom so den können wir noch reinknallen und da bleibt noch feld und rotzfeld übrig nachher um 47 47 auch noch aber 47 wollte ich zu zweit machen so Zeit 16 da fahren wir noch fix hin da fahren wir noch fix hin da fahren wir noch fix hin so so ja das wäre heute Folge Nummer 2 am Donnerstag um na kurz vor 17 Uhr die Uhrzeit ist hier oben rechts die Originalzeit 16.59 ist die Originalzeit aber die Ingenzeit ist 18.26 Uhr ich habe mal einen Mod gesehen dass man die Originalzeit anzeigt haha das ist aber ungünstig wenn draußen hier jetzt im Winter äh dunkel ist das ist ungünstig ne also man kann das machen aber wie gesagt äh ist nicht realistisch weil am Tage habe ich normalerweise keine Zeit Mensch 18 Uhr nachher 7 Uhr naja heute heute ist nicht ganz klar gestern mal müde gewesen aber morgen ist Freitag das ist ein Ziel dann haben wir ja gut geschafft heute bei der Arbeit übrigens auch da ist er Kollege in der ersten Runde äh auch schon gekeimt wie gesagt ohhh unser Luzerne und unser Klee ist aufgewachsen ein zwei Klee als Luzerne äh das ist ja nicht genau was aber irgendwann war gewesen vielleicht nach was so Tastatur laufen ne da gibt's gerne aha gedüngt 100% dann ist gut das hat sich erledigt Unkopf werde ich da nicht bekämpfen, das werden wir beim nächsten Mal wegnehmen. So, die 41, habe ich gerade geguckt, das ist die 48, die werden wir uns jetzt vornehmen. Können wir hier anfangen. Kurzgener Übung, Vorgewende 2, die nehmen 20%, dass wir die Möglichkeit nicht nacharbeiten müssen, ein Fahrzeug, zwei Reihen, ja, und allermeisten mache ich Uhrzeigersinn, überhaupt weiß ich auch nicht. So, speichern, hier machen wir mal Feld nur hoch, na grobfisch nicht, da unten durcheinander. 48, Aussaat, hier habt ihr nur Getreide, das passt nämlich eher zu. Ob der nun, äh, geht drauf, sehe ich es egal. 3D und ein Fahrzeug, 15, das ist schon zu viel gewesen, aber es war kürzer. ein Fahrzeug, 15 Meter, und passt das nicht rein. So. Der Rechner kocht. Oh, fahrten Minuten. So liebe Schauer, das soll dann auch schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs reinschauen. Dann seid mal tschüss und tschau tschau. Tja, morgen geht es hier weiter mit, ja, RF19 und Thuring-Karte. Tschüss. Und jetzt haben wir einen schönen Tag. Und jetzt haben wir einen schönen Tag. Tschüss.